Der 24 Stunden ARC Extra Live Studio ist vorbei und hat uns verdammt wieder neue Informationen zu Extinction und zu Bob Toy Tales 3 rausgebracht. Und ich habe alles für euch zusammengesucht und so kurz wie wirklich zusammengefasst. Falls euch das Ganze gefallen sollte, lasst gerne ein Like oder ein Abo da und dann gehen wir direkt rein in die News. Als erstes reden wir kurz über die Rüstungsskins und natürlich auch über die Structure Skins. Hier könnt ihr einmal die Warrior und Warlord Rüstung für Männer und Frauen sehen und die sehen schon echt nice aus und sie haben auch viele verschiedene Helm Skins wie auch schon bei Aberration. Dazu bekommen wir noch Structure Skins für die Wände, Storage Box, Zäune, Lampen und einen richtig nicen B-Movegate Skin. Und dann gehen wir auch schon direkt rein in die erste Waffe, nämlich den explosiven Speer. Dazu gibt es leider noch kein Bild, aber der Speer funktioniert wie eine Haftgranate, die am Gegner kleben bleibt und nach 5 Sekunden hoch geht. Im Prinzip jetzt nichts super besonderes, aber ich wollte es euch trotzdem mal erzählt haben. Und jetzt kommen wir schon zu den etwas niceren Sachen, nämlich zu den neuen Fahrzeugen. Da könnt ihr euch über drei neue Varianten freuen, den Buggy, den Monster Truck und den Racer. Die Fahrzeuge sind komplett nach euren Wünschen anpassbar und ihr könnt sie in der Werkstatt tunen und modifizieren. Sie laufen mit einem speziellen Treibstoff, den es jetzt noch gar nicht gibt, aber dazu wurde auch nicht mehr gesagt. Und ihr müsst sie immer wieder reparieren, weil sie während der Fahrt Durability verlieren. Jetzt geht es weiter mit den Fahrzeug Attachments. Als erstes könnt ihr euch zwischen zwei Rüstungen entscheiden. Die eine schützt euch vor Melee-Angriffen und damit vor allem vor Dino-Schaden. Und die zweite Rüstung schützt euch vor Range-Angriffen wie auch Explosiven-Schaden. Im Frontbereich könnt ihr dann zwischen verschiedenen Attachments wählen. Spikes erhöhen den Schaden beim Anfahren von Gegnern. Die Kettensäge verursacht kontinuierlichen Schaden und räumt euch Steine und Bäume aus dem Weg. Der Bumper schützt euch komplett vor Frontschaden und erhöht den Rückstoß bei Kollisionen, während der Kuhfänger dafür sorgt, dass ihr Dinos aus dem Weg schubsen könnt, um weiterzufahren. Auch am Heck habt ihr eine Menge Optionen. Die Hook zieht bewusstlose Dinos oder Spieler hinter euch her, aber diese bekommen Schaden und verliert deshalb über Zeit Zähm-Effizienz. Also ihr müsst sie dann erst wieder aufwecken und dann neu betäuben, um die Zähmen zu können. Der Turbo-Booster lässt euch immer wieder boosten und der Jet-Booster lässt euch in die Luft springen. Ihr könnt auch Rauch- oder Minenwerfer anbringen, um Gegner zu verwirren oder hochzujagen oder den Schlammdropper, welcher eure Verfolger verlangsamt. Jetzt geht's weiter mit den Dachaufsätzen. Wir sind natürlich noch nicht fertig, es gibt einfach noch mehr an den Autos. Da gibt's dann die Waffenaufsätze, da ist von der Shotgun bis zur Kanone, Minigun, Flammenwerfer oder auch Lenkraketenwerfer alles dabei. Die Lenkraketen ziehen jedoch nur auf fliegende Dinos, also sind nicht so OP, wie man vielleicht denken sollte. Und der Flammenwerfer macht sehr heftigen Damage over time, aber hat eine sehr, sehr kleine Range. Übrigens, bevor ihr jemand fragt, ihr könnt die Fahrzeuge nicht züchten und die legen auch keine Eier, also keine Sorge. Jetzt gehen wir rein ins nächste Thema und das ist der Armadoggo. Und ich glaube, es gab selten etwas, was Fähigkeiten technisch so überladen war wie dieser Hund. Erst macht der Armadoggo keine normale Follow-Mechanik, sondern eine Begleitfunktion, welche ihn immer in der Nähe bleiben lässt. Wenn ihr doch mal zu weit weg sein solltet oder ihr irgendwo stuck ist, buddelt er sich einfach ein und kommt bei euch wieder raus. Klingt für mich ein bisschen wie die Teleportfunktion in Minecraft, wenn ein Hund nicht gleicher kommt. Es ist aber nicht wie bei einem normalen Tame, dass er Erfahrung durchs Kinn bekommt, sondern der Hund bekommt genauso viele Erfahrungen wie euer Charakter. Außerdem ist er unsterblich, weil jedes Mal, wenn er kurz davor ist drauf zu gehen, buddelt er sich einfach ein. Und jetzt kommt eigentlich das Beste, er hat verdammt viele Rüstungen, die ihm alle spezielle Fähigkeiten geben. Darunter auch ein Rucksack mit Sleeping Bags drin und einer mit einer zusätzlichen Tasche, damit ihr mehr tragen könnt. Anscheinend kann man auch auf das Inventar des Hundes über sein eigenes Inventar zugreifen. Jetzt noch eine Fähigkeit, die er hat, er hat ja nicht schon genug, er scannt permanent das Gebiet um euch herum ab, ob irgendwelche großen Dinos auf euch zukommen. Und wenn dann wirklich was auf euch zukommt, dann fängt er stark an zu bellen und er hat sogar eine 20% Chance, den Feind in die Flucht zu schlagen. Das heißt, er kann sogar Gigas oder Wachse wegjagen mit ein bisschen Glück. Dazu kann er natürlich noch mehr, nämlich er kann Items sammeln, die sonst keiner sammeln kann. Er kann die nämlich erschnüffeln und ausbuddeln. Und das Wichtigste ist, man kann die natürlich auch streicheln und züchten. Wir haben jetzt noch ein neues Item und das ist der Tribe Tower. Der bufft euren ganzen Stamm und wird jeden Tag ein bisschen stärker. Pro Tag bekommt ihr 1% mehr Erfahrung und wenn ihr bei 30 Tagen angekommen seid, bekommt ihr 3% mehr Element Drops. Das kann erhöht werden bis 20% mehr Erfahrung und 15% mehr Element. Der Turm kann jedoch nicht repariert werden und muss alle 12 Stunden mit einem Apex Dino Drop gefüttert werden. Und damit ihr ihn aktivieren könnt, muss er unter freiem Himmel stehen, also ihr könnt ihn nicht in Verstecken platzieren, in Höhlen oder Wet Holes. Dieser Buff soll PvP Spieler dazu bringen, an der Oberfläche zu bauen und nicht in irgendwelchen Versteckenhöhlen. Dann bekommen wir noch eine komplett neue Kreatur, aber das erst mit Ragnarok. Und tatsächlich ist die auch noch free, ich kann es gar nicht glauben, kein Fantastic Tame. Und das ist das Giant Bison. Hier kann man nur kurz sehen, wie groß das Gerät in einem Menschen ist und ich kann mir die Dinger schon richtig gut in den Highlands vorstellen. Dazu noch eine tolle Neuigkeit, Necathus übernimmt zusammen mit Wildcard den Bau von Valguero und Aza. Und deshalb denke ich mal, das wird hinterher nochmal eine viel bessere Map sein, als sie schon war. Necathus haut immer echt wilde Sachen raus, Astraeo ist auch absolutes Meisterwerk, echt coole Map, von daher ich denke, die machen da was Nices. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein mit den ARC News. Ich hoffe, ich konnte euch alles gut erklären und näher bringen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüssi!